Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und willkommen wieder zu einer neuen Folge und zu einer neuen geilen Runde mit dem Steven und heute können wir auch hoffentlich einen neuen Begleiter in unserer Kolonie begrüßen den wir aber erstmal freisch halten müssen das heißt wir müssen ihn aus dem Gefängnis befreien wir haben es fast zwei Uhr und das was müssen wir heute tun wir müssen 950 Gold verdienen im Goldrausch wir müssen 1800 Meter schwimmen und 8000 Punkte verdienen wer im letzten Völkchen gesehen habt schaffen wir sogar 50.000 also sollte kein Problem sein für uns so und wir sind hier mit der Anna unterwegs mit dem Belugewall und wir werden uns ja heute den Tigerhai anschaffen und ihn ausprobieren aber erstmal schalten wir die S-Klasse frei zum reinen muss mich ganz kurz konzentrieren geht sofort weiter ah ne wir müssen aber nur so Geld verdienen das heißt ja Goldrausch ist eben halt das beste um Geld zu verdienen ne oder so eine Frau oder so eine Frau ein U ein U jetzt müssen wir aber eigentlich nur 950 Gold dort oben stehen und dann haben wir es ja eigentlich geschafft so wir werden heute die S-Klasse freischalten und die dann auch noch testen und danach werden wir uns den Tigerhai kaufen und schön anziehen anziehen und dann in der übernächsten Folge werden wir ihn halt austesten ne in der nächsten Folge tut mir leid ich habe irgendwas falsch gemacht so hua ua 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 shows du blöder urensohn hua ua 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 guau ua 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 du blöder urnsohn Was sind wir denn? Was bringt denn so ein Fisch? Wow. Alter, das sind alles nur so welche Fische. Digga, was sind das denn für Quallen? Äh, was sind die Daten für Nei? Oha. Nein. Giftmüll. Sind dat mutierte Fische? Witzmüll. Aua. What the fuck? What the fuck? Ach, nö. Nö. Das heißt, wenn wir hier nicht lang kommen... ... Nö, du kommst, meine Alter, Mann, das ist als kleiner Ei überübelst schwer. Ich hoffe, wenn man größer wird, dass es einfacher wird. Das G haben wir schon mal, U und G. Alter, Alter, die haben mich umgebracht. Was für Wichse. Guck hier überhaupt dort, da kann ich doch alles sehen. Piss durch. Ich habe es auch nur ausgenutzt. Ich habe es genau gesehen. Belohnung. Wenn eine... Ach, so steht... Ach, das steht ja in einem Lauf. Aber ich würde es schon ein bisschen krass finden, wenn man das wirklich in einem Lauf mit dieses Fisch... Fisch... Ja, ich versichere mich, wenn ich schresse... Boah. Gewonnen. Nice. Ach, halt die Klappe, Alter. Tut mir leid. Oh, 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 oh. Wir haben einen neuen Begleiter. Neuer Heil freigeschaltet ist. Schimani. Brauche ich aber gar nicht. Brauche ich wirklich. Das wird eine XXL-Folge. Zuerst... Wir haben Kraft fehlt. Wir haben das Piercing. Oh, oh. Oh, oh. Nice. Esserien können ein Begleiter mitnehmen. Sie zünden einen dreimal Punkte Multiplikator bei einem Goldrausch. Die folgenden Dinge können nun gefressen werden. Komische Krebse, aber gut. Die ist die... Ja, eben halt die. Du kannst die fressen. Das ist zerbrechlich. Ja, nice. 3.000... 4.000... 500... Würde ich sagen... 89... Ja, gut. Großer Kegel, ne? Aber wir kaufen uns. Wieder in die Ende, glaube ich. Wenn mit... Wir können ihn... Nice. Aufhören. Ich bin aber das hier trotzdem eigentlich im geilsten. Den Tiger haben wir ja gesagt. Warte. Ja, mir das Geld. Kannst du da oben ziehen? Wenn wir schon das Geld kosten und es von Ubisoft bekommen, muss man das hier auch benutzen. Nö. Und schön Werbung machen. Nein, Spaß. Frisse drei kleine Schildkröten. Ja, gut. Nicht so schwer. Frisse alle 24. Ja. Kein Sinn. Ja. Ja. Ja, das ist doch geil. Das finde ich auch geil. Man kann es dort oben, um ihn zu lenken. So kann ich meinen jetzt scheinen. Willst du so lenken? So lenken? Oder willst du immer... Ja, immer so, ja, so, so. Ich kann das gar nicht sehen. Hä? Hm? mit den fügeln Ja... Ich will nicht sterben! Ja, nice! Ja, nein! Ich will doch nur die geile Olle fressen. Warte mal, kann man die Baut kaufen? Ja! Hier! Warte haben wir auch fast. Na, ich friss den noch! Komm! Hat der gerade Butter! Warte mal! 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 Jetzt pair insights! Ja, nice! Oh, kein Trash. Ach, 508. Ja, geil. Hör auf! Nein! Go, 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 go! Oh, komm! So. Oh. Ah, naja, Hunger. Oh. Oh, no, no, no. Das war der letzte Vogel. Ja. Ja, genau. Genau. Nein, danke. So. Dann würde ich wohl mal sagen, wir haben heute einen neuen Kollegen dazu gewonnen. Den netten Herrn Blue. Steve und Blue gönnen uns jetzt. Das ist der. Aber, wir haben einen neuen Kollegen dazu bekommen. Wie denn? Hä? Hilfst du nix? Nein, Hut. Wir haben den. Einen Bratel. Ja, was geht? Ich höre nicht nur den. Und in ihre Käse schneit. Boah. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir diesen Hai kaufen werden. Bye, bye.